Jede vierte Fachkraft reißt wieder ab oder geht jetzt sogar arbeiten. Das ist die erste Bilanz eines Landrates, der vor drei, vier Monaten eben diese bei sich im Landkreis eingeführt hat. Offensichtlich, liebe Grünen, funktioniert das System der Bezahlkarte doch. Wir gucken uns das ganz genau an. Ist das wirklich die ultimative Lösung, um Poolfaktoren zu verhindern? Oder habe ich da auch Kritik dran? Und ja, ich kann es direkt vorwegnehmen. Die Bezahlkarte ist relativ gut, aber sie ist nicht das Ultimum der Dinge. Es besteht nämlich auch eine Gefahr dadurch. Moin zusammen, ich bin Olli für kritischen Content. Jetzt unbedingt ein Abo dalassen. Und wir sehen einmal, die Bild hat hier nachgehakt und veröffentlicht den Artikel. Erste Bezahlkartenbilanz. Jeder vierte oder jede vierte Fachkraft, muss man natürlich sagen, reißt ab oder geht jetzt arbeiten. Das hier als ganz klare Bilanz. Und da muss man direkt mal hinterfragen und sich überlegen, ist das überraschend? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Also es wurde ja ellenlang behauptet, diskutiert darüber und auch von den Grünen mehrfach versucht, die Bezahlkarte doch noch zu verhindern. Obwohl man sich ja schon einig war, wurde sie dann doch verhindert. Und offensichtlich bringt sie etwas. Sie bringt etwas. Ob das genug ist, ist natürlich die andere Frage. Dass wir uns hier nicht irgendwie einen Bären aufbinden lassen dürfen, dass das dieses Jahr 2024 jetzt auf einmal kommt. In Bayern ganzflächig, in verschiedenen Landkreisen Deutschlands gibt es sie auch schon. Und wird ja jetzt voraussichtlich im Sommer durchgehend oder weitestgehend deutschlandweit kommen. Außer in NRW. Da haben die Gemeinden dann selber die Möglichkeit oder Landkreise dafür zu entscheiden, ja oder nein. Und glaubt mir, die werden in NRW nicht flächendeckend kommen. Danke, liebe schwarz-grüne Regierung, dass ihr das nicht verpflichtend für die Landkreise gemacht habt. Absoluter Wahnsinn, was hier wieder mal von den Grünen für eine Politik gemacht wird. Und wenn wir in diesen Artikel reingehen und das Ganze angucken, sehen wir dann nämlich hier die knallharten Ansage von dem Landrat von der CDU, nicht AfD. Nein, das ist CDU-Landrat. Werner Henning. Und der hatte bereits am 1. Dezember im Landkreis Eichsfeld in Thüringen die Bezahlkarte für die Fachkräfte eingeführt. Und da habe ich ja damals auch seinerzeit darüber berichtet. Und da haben wir nämlich hier die Situation vom 25. Januar. Kein Bargeld. Jede vierte Fachkraft reiste ab. Also offensichtlich hat das da ja schon was gebracht. Und jetzt nochmal fast drei Monate später sehen wir ebenfalls, dass die Situation natürlich funktioniert. Was hier aber auch passiert ist, was einige Leute moniert haben, die sind halt von einem Landkreis in den nächsten oder übernächsten Landkreis gereist, um dort eben halt für sich dann halt doch wieder Bargeld zu beziehen. Also ganz fehlerhaft ist das System nicht und besonders nicht, wenn ganz Deutschland nicht mitmachen sollte, obwohl man sich ja hier, wie wir sehen können, ganz klar auf Regierungsebene dazu jetzt verpflichtet hat. Bezahlkarte für die Fachkräfte. Künftig sollen Fachkräfteleistungen hier über eine sogenannte Bezahlkarte erhalten. Statt mit Bargeld können sie dann mit dieser Karte bezahlen. Der Bundestag hat dazu eine entsprechende Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes verabschiedet. Ganz aktuell hier letzte Woche vom 12. April wurde das Ganze ja beschlossen. Wann und ob und wie das durchgesetzt wird? Ich bin sehr gespannt drauf und ich gebe euch die Prophezeiung hier ganz klar ab. Es würden Wanderungen passieren, das heißt in Landkreisen, wo es sie gibt, werden viele Leute dann eben nicht mehr bleiben wollen, sondern werden dann nach NRW wandern zum Beispiel zu mir hier in verschiedene Landkreise, wo es die dann halt eben nicht gibt. Wenn das wirklich so nicht flächendeckend kommt, dann sieht man wieder, dass das System nicht funktioniert, weil sich manche wieder nicht daran halten. Zufälligerweise schwarz-grün hier bei mir in NRW. Okay, zurückzukommen zu dem Artikel, was der Herr Henning jetzt ganz genau zum Bild gesagt hat. Es geht hier gerade mal, das ist ja eine kleine Zahl, das ist ja ein einziger Landkreis, muss man ja dazu sagen. Aber man sieht ja, was das für eine Wirkung haben kann, was das aber ausmacht. Im Kreis Eichsfeld kommen rund 400 Fachkräfte für die Bezahlkarte in Frage, gedruckt werden müssen aber nur etwa 300, weil für 99 der Kandidaten gar keine mehr nötig ist. Da heißt es hier, der Grund, laut Landratsamt sind 56 Fachkräfte abgereist, die meisten vermutlich in ihrer Heimat nach Georgien und in den Westbalkan. Weitere 43 gehen inzwischen arbeiten. Die meisten davon verdienen so viel, dass sie gar kein Geld und keine Unterkunft mehr vom Amt bekommen. Offensichtlich hat das eine Signalwirkung ja schon bewirkt. Der Landrat sagt zur Bild, das ist ein toller Erfolg. Die Botschaft ist angekommen, dass der dauerhafte Verbleib in Deutschland einen Einstieg in die Arbeitswelt bedingt. Die Bezahlkarte hat wichtige Anreize für Fachkräfte geschaffen, mehr Selbstverantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Ich bin froh, dass ich dieses Wagnis eingegangen bin. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass man jetzt hier von 400 nur noch bei 300 ist, ist das überhaupt ein Erfolg? Das muss man ja auch mal ganz kritisch hier an der Stelle natürlich hinterfragen. Das hört sich jetzt erstmal toll an, ein Viertel, jeder Vierte hier, 25 Prozent und so weiter, so Pi mal Daumen und so fort. Aber reicht das aus? Reicht das aus, um diese knapp, wie viel waren es, 48 Milliarden Euro, die wir jährlich dafür ausgeben, halt wirklich so drastisch zu senken, dass Rentner beispielsweise wieder besser dastehen? Ich wage es ehrlich gesagt zu bezweifeln, absolut. Ich spreche mich ganz klar weiterhin für reine Sachleistungen aus, denn die können nicht hintergangen und betrogen werden. Denn man muss ja hierzu wissen, die Bezahlkarte, das klingt jetzt total dramatisch und schlimm für manch einen, so die Grünen, die ja hier eine Zweiklassengesellschaft vermutet haben, weil man das ja sehen würde, dass der mit einer Bezahlkarte dann an der Kasse bezahlen würde, der Betroffene und so weiter. Ich sehe das wirklich gänzlich anders. Ich sehe dieses System noch gar nicht komplett ausgereift. Denn wenn wir nochmal zurückgehen auf den Artikel vom Januar, sehen wir ja, was das eigentlich bedeutet, das Prinzip dahinter. Wer arbeitet aber so wenig verdient, dass er trotzdem noch Anspruch auf Geld vom Amt hat, erhält die Aufsteckung komplett im Bau ausgezahlt. Wer nicht arbeitet, bekommt von seiner Gesamtzuwendung im Schnitt 460 Euro. Das hat nichts mit dem Wohnen, mit der Reinigung der Wohnung zu tun und sonstigen Verpflichtungen, also Unterstützungsleistungen und sonst was. Nein, nein, das ist reines Taschengeld. Gesamtzuwendung 460 Euro. Künftig nur noch 45 Prozent in bar. Das heißt, immer noch circa, runden wir mal auf 50 Prozent, machen wir 45 Prozent von mir, das sind circa 200 Euro. Jetzt erklärt mir mal jemand, bitte in den Kommentaren, welcher Rentner in Deutschland bekommt denn Wohnung bezahlt oder bezahlt von seiner Rente von mir aus die Wohnung, bezahlt dann eine Putzfrau, die die Wohnung sauber macht, bezahlt davon seine Einkäufe, alles drum und dran, hat keine Kosten mehr und hat dann noch 200 Euro Taschengeld übrig. Das wage ich zu bezweifeln, dass es das gibt. Also von mir aus mag es das geben, aber nicht in der Mehrheit, nicht definitiv in der Mehrheit und das ist doch wieder mal eine komplette ungleiche Behandlung, wie ich persönlich finde. Das ist halt schon sehr, sehr dubios. Und wenn wir uns angucken, wie die Berichterstattung hier weitergeht, sehen wir zum Beispiel vom 17. April, die Bezahlkarte wird auf 15 weitere Kommunen ausgeweitet, heißt es hier. Vier bayerische Kommunen haben die Bezahlkarte bereits, nun kommen 15 weitere dazu. Bayerns Staatsregierung spricht von einem vielversprechenden Start des Pilotversuchs, doch das Verfahren ist umstritten, wie es hier heißt. Ja, ihr könnt ja eure Meinung dazu gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Ich bin gespannt, wie das Ganze weitergehen wird. Halte euch im Laufenden, deswegen jetzt natürlich das Abo nicht vergessen. Und wir bekommen uns aus verschiedenen Landkreisen eigentlich überwiegend positives Feedback mit, aber man darf nicht vergessen, die Gefahr, was ich am Anfang geäußert hatte, besteht ja auch, dass man nachher beispielsweise auch sagen wird, bei Leuten, die hier geboren sind und im Bürgergeld stecken, das heißt, du kriegst jetzt auch die Bezahlkarte. Und das ist eine ganz große Gefahr, Richtung Digitalisierung und alles Mögliche, wo man dann natürlich komplett überkontrollierbar ist. Das darf man natürlich auf der anderen Seite auch nicht vergessen. Ich bin gespannt, wie die Situation weitergehen wird. Halte euch dafür natürlich auf dem Laufenden, deswegen jetzt das Abo dalassen, unterhalb des Videos einfach mal draufklicken, abonnieren. Danke dafür, bis zum nächsten und ciao.